Hallo, Weltbocker der Sonne! Ich bin hier unter Wunderbar. Mit Manni und Manni, da kann ich reden. Sag mal mal Hi Manni mit deinen Gurschen. Manni und Manni, hm? Du kannst dich im Video hören mit deinen Gurschen. Manni und Manni. Oh mein Gott, ich muss. Bist du mit Manni und Manni, hm? Ach, Frau. Das ging ja. Ich bin da zu leise. Keine Ahnung, scheiße. Da ist's. Aber Manni hört mich gut. Bei uns ist es bei einem Tamba gewesen. Bei mir ist ein Pinke an. Wir sind ja Pinke an. Ja. Du bist zur Seite so schlecht. Alter, ich dachte grad links von uns wäre ein Tamba gewesen. Jetzt steigt er über den Weg. Manni, denk grad wir müssen hochbauen. Manni hast du ja echt scheiße. Ja. Manni, wir sind außerhalb des Spielbereichs. Wir kommen dann nicht mehr dort weg. Also Leute, wir spielen jetzt... Das ist echt fies hier. Wir müssen nach unten. Dann weg. Weil ich hab ein Auto und vor mir sind... Ähm... Wir müssen die Därmer. 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 Wenn ich nicht gleich tot bin, ja. Damit du mir kommst. Du bist noch unsichtbar. Du bist noch unsichtbar. Manni. Zu rot auf der Karte. Unten. Zu rotes Dreieck. Nein. Ne, da bist du unsichtbar. Da versteckt dich im Busch. Ja. Oder hier. Wir sind jetzt da. Ja. Ja. Komm mit. Ja. 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 Was ist da grad existiert, Alter? Ja. Die Feinde. Ja. 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 Really. Wir kämpfen jetzt frei und können nur die Orangen schnell besiegen, also ist irregal. Weil Gamer ist halt jetzt ungeschickt. Können wir von hier nicht? Ich geh da in Kamba hin. Aber lass uns mal die Orangen besiegen. Komm, denen helfen wir nicht mehr. Schön in Bewegung bleiben, ich schieße einfach auf den Motor. So, hat's gut getroffen. Mal halbes Leben. Ich seh noch eh mal vorbeifahren. Ja, noch eh mal vorbeifahren, Manny. Manny, f-f-f-f-fahren! Leid tot, Manny. So, ich hab- ich hab rotes Leben. Ja, ich hör einfach. Rotes Leben. So, wir guck dir grad Manny zu, ich guck dir mal zu, ma Flora. Mach es Jaja, wegen Kanin. Ja. Kanin müssen, wir müssen weg, ich bin rot. Red rot. Du bist grüben. Ja, aber hopp. So, wir machen's, Bitch. So, ich bin recht. Und, warum, ich? Ich mach's, Bitch. Äh, Bitch. Wir müssen Aimpack nicht darstellen. Das mal hier hoch, vorne an links. Wurde mir bekämpfen wir hier doch, wir gehen ja aus der Zone rein, ja. Ja. Manni, ich bin da. Wäre ja so lustig, wie es werde jetzt gestorben wäre so ein Ding. Ist ja bei uns auch passiert, Maff. Achso, hm. Kannst du eigentlich, wenn diesen Rocks-A-Tour auf die Flugzeuge benutzen, schon? Hä? Ja, kann ich. Kann dann mit den Flugzeugen bauen. Mach mal. Hab ich ja schon gesagt, brauche ich dann durch die Rohren fliegen. Hier, mach mal. Oh, dann fest. Nimm mal den, ich weiß. Zeige dir dies. Dann fängt den, ähm, Babusch, dann macht das aus. Damit, damit euch die Rohren fliegen, ne. Ach, das passt mir. Passt, der hat passend gemacht. Okay, wir können den. Wollen wir den auch ran schlagen können? Komm, der hat keine Chance. Der ist ja eben. Der ist ja eben. Ja. Ich denke, das ist deutlich, dass er es irgendwie anfühlt. Weil es gibt unterschiedliche Fahrzeuge. Also, die sind unterschiedlich aufgebaut. Für Pandan mit nur Ehren und Minigab. Mani, der wirklich zu schecken. So kommt mal der... Eber da ab. ... ... Ich weiß nicht, dass die Pühne ist Ich weiß nicht, dass die Pühne ist Wenn ich nicht mehr auf den Weg bin, dann kann ich nicht mehr auf den Weg sein Ich kann es nicht mehr auf den Weg sein Hey Ich kann es nicht mehr auf den Weg sein Hey Ah ja, so ist dann. Vielleicht man die jagen uns, weil... Wo hast du von mir getroffen, so sehr. Wenn du wegfährst. Aber wir müssen in den Bereich hier rein. Oben oben. Sooo, in der Kopf. Ich kann bewegen bleiben, weil alles drehen. Kannst du keine Snacks essen oder so? Nein. Hä? Ich los mich hier auf jeden Fall weg. Das war's nur eh noch. Das waren zwei. Das waren zwei. Ja, echt? Weil ich hab dort geschossen, da ist eh ein Auto weggeploppt, dann hab ich nur einen Typen getötet. Pfff. Wer hat Knuckles denn? Ja, komm ich war bei dir ein Auto drin. Daaaay. Daaaay. Geh, dann mach Züge. Okay. Nein, mach ich nicht. Züge sind eklig. Pofau war zu drei. Pfff. Pfei. So. Bitte hol ich das mal auf den Kammer noch. Wir haben ja unter uns irgendeinen Kammer. Pfei. Pfei. Okay, wir haben einen Satzchen hier vorne. Pfei. 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 so denk dran die Spieler sind unsichtbomben werden überall sein ich geh mal zum Panzer, zum Panzer warte mal, was hat denn der denn so für? ok, das gleiche das eigene Team hat Ballert auch nicht finden ist noch einer, aber das wird die Antos Team wenn wir hier mal hin können da sind wir so hier dort unten bei dem Entsurgeon ist eine Velganaut denk ich mal ist das andere Teamort und hier wir könnten mal drück runter fahren und gucken was der Entsurgeon hat jetzt da ist war richtig nice mir festfahren fahr lieber links links festfahren weil die kommen die nicht ankommen oh man dieser Idiot hat die zu mir gelockt gerade alter hier weg vorne weg vorne weg vorne meine weg vorne jetzt ist der Team hier ist der Team hier 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 Achtung, man, die passen auf die Wiedern auf. Die dürfen nur noch von vorne kommen. Man, die können sie mir dauernd. Vorweg, Jun. Hände auf. Das haben wir. Boah. Das ist fast noch wo. Das ist Auto, eh. Äh, ich schaff das noch, komm. Das ist doch schwer mit dem Zustand des Autos. Ich geh holen wir den anderen. Und, exekulieren wir nicht. Nein. Ich hab' den anderen Auto holen, Mann. Schnell, 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 vor, 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 vor. Dings, ja, nimmst du uns. Ihr habt gerade alle, aber mich auch geschickt. Ja. Ja. Er hat schon geübt. Seid, der ein Dings kommt. Der Platan hat mir auch nicht. Kommt, Orange schaff, äh, Lila schafft ja, oder? Der Platan hat mir auch nicht. Der Platan hat mir auch nicht. schützen bei der Hänger hat sich er mann ich bin mann ich bin gleich gut mann gibt ja es ich bin rot jetzt ich bin mit sich an beiden ich sehe ich wollen durch schluss mich in der ich habe mich in der wir von vorne weit könnte ich so leicht ausschießen Jetzt haben wir wieder das gleiche Verstand der Fonds. Man, die schießen hinten drauf, das ist... Mei, die dürfen da hinten auf unser Auto schießen, ist auch schon scheiße. Mei, die dürfen da hinten auf unser Auto schießen. Ich straff den ja auch nicht. Ich straff den ja, ich straff den ja, ich straff den ja. Ich hab ne Säule davor, Mami. Yo! GG! Säule! Wie viel Kills? Wie viel Kills? Jetzt bin ich nicht drauf. Hey, wir haben über 10 Kills gemacht, haben jetzt. Säule! Säule! Ah, keine Wurz, ey. Ey, du hast alle gekillt. Du hast beide Teams ausgenockt, Alter. Also... Alle 17 Kills hast du gemacht. Ey, Mami, wir sind echt das Beste für ihn. Säule haben ja mehr IP als die anderen. mit den anderen. Das ist jetzt... Chönen, Neymann. ... ...